Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum großen Finale von dem großen Piedsmeet-Mail-Deluxe-Sommer-Turnier-Olympiaden-Ding. Cup. Mit allen aus dem Team Piedsmeet-Olympiade. Ich werde feierlich hier die Punktzahlen. Ja, sag mal. Und zwar steht es 39 Punkte für Sebastian, 42 Punkte für Christian, 51 Punkte für Jay, 59 Punkte für Piedi und 65 Punkte für Bram. Heißt, Bram, du musst jetzt schon richtig reinscheißen, um zu verlieren. Ja, richtig reinscheißen. Der Sebastian hat die Ehre. Stimmt, Sepp darf den Cup heute auswählen. Genau. Ja, das ist, glaube ich, für alle Beteiligten hier ein... Ich habe die Roll-Eyes von Schlimmer als der Kronen-Cup-Kranne. Nein, genau, also, deswegen, nimm die Cheep-Cheep-Scheiße. Was ist das hier? Ich weiß, was Sepp nimmt, den Panzer-Cup. Das ist der Panzer-Cup. Ja, ja, das haben wir schon gedacht. Combo-Weide. Boah, da sind wirklich geile Sachen dabei, ja. So was wie Peter einlebt hat. Ich fühle mich jetzt nicht mal schlecht, meinen Cup gewählt zu haben. Ach, Quatsch. Nach Peter musst du dich... Also, Leute, hier wären wegen ihren Cups irgendwie ein schlechtes Gewissen einreden. Das ist ja wohl volliger Quark. Ja, das ist wirklich eine Frechtheit. Außer bei dem Kronenkampf. Außer bei Peter. Der ist scheiße. Der Kronenkampf sei echt beschissen. Ich meine, da war zwar die einzige Strecke bei, wo ich einmal gewonnen habe, aber egal. Ja, guck mal, Christian. Ja, ey. Das ist etwas Schönes. Wenn nicht mal der Mumu-Cup, die Mumu-Weide das Schlimmste ist, ne? Hä, bin ich durch die Alte? Ach, komm, ey. Ja, das haben wir auch schon geschafft. Ich bin durchgefallen. Hä, wie geht das denn? Jetzt habe ich hier halt gerade eine Fliege drin vor meiner Nase. Mich verspottet, weil ich nichts machen kann. Oh, das würde ich gerne sehen. Na, komm, hier. Zack. Ich habe dich doch getroffen, Jay. Oh, guck mal. Die Rote geht einfach sonst wohin. Nein, Jay, nein, nein! Geh weg! Die ist auch an mir vorbeigefahren. Hat einfach Sepp. Ja, ja, aber Jay ist reingefahren. Jay dachte sich, oh, moin. Ja, ich bleib noch. Der nächste, zack. Jetzt lebe ich nicht mehr. Oh, nee, das ist ja belastend. Hat dich die Rote getroffen? Das war ein Böses. Geh mal weg! Nein, Christian! Du bist so ein Motherfucker! Ich habe einfach da hinten geschossen, also... Motherfucker. Oh, da ist es schlecht. Ach, come on, ey! Weil Sepp nicht die Kurven kriegen kann, ja. Nee, ich bin extra ausgewischt, weil du Stern hattest. Was ist das denn? Warum? Ich brauche was zum Schnellermachen. Ich brauche keine scheiß drei Roten. Das darf nicht wahr sein, ey. Nein, Christian! Jo! Dann war ich ja mega! Alter! Damit hast du mich von dritten auf... Ach, komm, Alter! Ich meine, das tut mir leid, aber ich meine, Peter war schon durchs Ziel und ich krieg drei Rote. Das ist so ein... Dieser... Also ich hätte ihn natürlich nicht auf Peter geschossen, aber der war leider so weit vorne. Das war okay, alles. Alter, das war so bitter. Mario Piste, die einzige gute Strecke aussehen. Peter kann mich noch kriegen. Sechs Punkte brauchst du nur, oder? Ja, ja, also ich habe auf Peter acht Punkte verloren in dem Cup und sechs Punkte, also in der letzten Folge und sechs Punkte hat er nur Rückstand auf dich. Ey, meine Strecke... Da muss ich... Das ist theoretisch ja noch drin hier alles. Das sind jetzt... Das sind gerade die Hälfte der Punkte, hast du gerade schon gemacht? Das sind jetzt nur drei Punkte. Ja, guck mal! Das ist echt ein Witz! Ich fahr einfach ohne Items ins Ziel. Das ist okay. Vielleicht werde ich dann nicht getroffen von dem Scheiß. What is hell? Der hat es irgendwie abgewehrt. Dieser ist verwirrt. Ich hatte eine Banane, Peter. Ja, der hat man aber nicht gesehen. Ja, ich hatte auch den Coin ausgewählt, hab schnell den Coin geschluckt und dann die Banane. Ach komm ey, als ob du kleiner, mieser Bumerang. Ach komm, als ob du mich zweimal mit dem Bumerang triffst. Mega gut, oder? Oh, der hat den mega Bumerang. Alter. Ich werde das verkackt habe jetzt gerade. Peter, wievielter bist du denn? Ich bin zweiter. Okay. Ich bin mit so einem Abstand letzter, also, als ob du nicht Rakete kriegen würdest. Peter, das ist jetzt eher schlecht für dich, wenn ich Spider ist. Ja, das... Oh Gott. Aber ich hab dem, glaub ich, gerade das Item geklaut. Wat? Ne, hast du nicht. Okay, bei mir hab ich... Aber egal. Reicht aber. Ja, reicht. Gott sei Dank. Ich hab die Fahrfehler gemacht. Auch schön. Ah, Peter, alles gut. So, so, so. Ah, das sind 6 Punkte. Peter, das ist jetzt maximal schlecht gelaufen. Peter, so nicht. Ja, alles, die sind wieder aufgeholt. Da musst du mich ein bisschen abschrengen. Eich, 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 eich. Aber du musstest den Bumerang ja auch nach vorne schmeißen. Eich, 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 eich. Cheep, cheep. Er hätte jetzt ein bisschen mehr auf Punkte spielen sollen. Hat Bram mit stark gemacht. Ich bin nicht dein Gegner. Ich wüsste ja nicht, wo Bram ist. Der gehört die ganze Zeit von Christian. Das stimmt, aber das fehlt ein bisschen in dem Spiel, dass man so eine Übersicht hat, wer wie viel da ist. Aber ich mein, jetzt ist eh vorbei. Kommt ja bald der nächste Mario Kart Teil. Oh, stimmt. In VR, ne? Wieso? Stimmt, ja, nächste Mario Kart Teil kam noch längst, dieses Ding, was du aufbaust. Ja. Ja, stimmt. Ah, der zählt dazu? Mega geil. Ja. Puh, begeisterung bei uns eigentlich. Der einzige Kommentar in den letzten 5 Minuten. Geil. Die Cheep-Cheep-Strand mussten wir in dem Stream auch so häufig fahren. Warum denn? Ja, weil die die Leute, die man gewählt hat. Was? Ja, der hat sogar die ganze Zeit gewählt. Ach, come on, ey. Man, der kriegt direkt die Rote in den Arsch. Ja, für so dumme Kommentare, die auch noch falsch sind. Fake News hier. Oh Gott. Oh Gott. Hat der Banane warm. Banane warm. Als ob ich voll in die Banane gesprungen bin. Komm. Wieso komm ich denn jetzt hier die Rote? Ich fahr die ganze Zeit vor irgendwelchen Roten weg. Ey, lass mich in Ruhe damit. Nein. Same. Doch. Ach, Peter war das. Nein, ich ruut. Aua, aua. I don't want to lose. Wer hat's ihm ab? Wer? Ja. Oh, die Grüne war fies. Das war knapp. What? Oh, die Bombe war fies. In der Luft gesnipet, Junge. Krass. Die Bombe war... Wow. Guck die Rote her. Hey, not bad. Die kann von mir. Da krieg ich noch... Ein bisschen blauer ab. Das ist bitter. Ein bisschen mies, ja. Ey, das ist ein Witz! Nee! Du hast mich dann aber auch getroffen und ich werd' Letzter. Ich werd... Ah, wo war ich denn jetzt? Wuhu! Wuhu! Ey, komm! Ey, das kannst du nicht! Mega Runde! Nee! Hast du den Bombera abgekriegt schon, ey? Nee! Das war okay. Da steht der mit drei Mann in der Kurve, keine Ahnung, wenn der da gemacht hat, Rudelbums war es so! Nee! Nee, ich hab' den getroffen und dann hat der dieses Ding zum Explodieren gezündet und dann hat man mich getroffen und dann kam der nicht mehr weg! Also das ist... Das ist, das ist... Ich bin... Ey, ich bin schon von der letzten... Von den letzten Cup 2 gebraucht. GZ Bram, ne? Dieser Controller wäre in den Bildschirm geflogen, das glaubst du gar nicht. Das ist so eine lächerliche Behinderung. Du hast zehn Punkte Vorsprung oder so. Das kannst du mir nicht erzählen, was für eine scheiße hier passiert. Aber egal, jetzt Erster werden, da war ich auch in jedem Cup Erster, Babe. Boah, nice, Bram. Boah, das will ich dir nein. Ich versuche trotzdem. Da schlägt Jay die ganze Zeit auf den Tisch. 4 bis 10 Punkte. Okay, geil. Das ist mein Kopf. Jetzt geht nur noch für Verlierung. Jetzt habe ich 7 Punkte. Mann. Das war schon ganz witzig. Ich glaube, das Einzige, was noch passieren kann, ist, dass ich letzter werde und Sepp vorletzter werde. Nee, ich glaube, Sepp hast du nicht, Christian. Da muss ich Erster werden und du Letzter, glaube ich. Wir sind mit 3 Punkte auseinander. Ja, nee, aber nach dem ersten Rennen war ich auch schon 3 Punkte weit weg. Als ob Bram jetzt gegen das Auto schießt und mich abbreitet. Boah, Alter, hast du das nicht gesehen? Die Autos schießt einfach nach vorne. Natürlich nicht auf Peter, ist klar. Ein Zeitspiel. Oh, fuck. Peter fährt auch wie so ein Bilsowski. Was ist vor dir? Bist du gar nicht? Boah. Nein, in den Punkten meine ich. Schlimm genug. Aber ich kann doch jetzt... Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder 2 Runden anführen und in der letzten Kurve wäre die abgeschossen. Das ist wirklich so prä für mich. Boah, wie du ausgewichtig bist. Nein, nein, nein. Die hab gar nicht da hinten geputzt. Ich hab mich selber getroffen auf. Das war einfach gerade die Macht. Ja, aber ohne Witz. Ja, wahr? Scheissprache. Oh, J.B. Bombi. Oh mein Gott, ich hab mich selber getroffen mit dem... Shit, shit, shit. Jetzt schreit gleich auf. Na klar! Ach, fick dich einfach, du blödes Scheisspiel. Ja, ich hätte auch gerne was anderes gehabt. Also fick blauer als letzter. Was ist das? Das hast du absichtlich gemacht. Ich hab als letzter ne Scheissblaue bekommen. Ich hätte auch gerne was besseres gehabt. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Ach komm schon ey, das... Das passt mir doch alle mit. Ich hab keinen Bock mehr hier aufzufahren. Demontiert! Das ist einfach nicht mehr... Nee! Nee! Das war witzig. Nee, ich seh das nicht ein. Das war ein bisschen lustig. Mega! Das war ein bisschen lustig. Ach ja. Schön. Das war einfach... Das war einfach Mobbing-Feder. Das war pures Mobbing. Du Sackgesicht, ey. Du weißt schon, warum wir... Warum wir so wenig Mario Kart fahren. Und dann auch das einzige Event erstmal wieder ist. Ich weiß auch. Hast du alle. Hast du alle. Hast du alle. Das war... Das war... Also ich finde, das sollte Bram da noch. Ammoderian hat ja gewonnen. Ja. Ja, also ich hab jetzt noch mal 21 Punkte gemacht. Ja, ich hab jetzt kurz noch mal die Endpunkte gemacht. Ich hab jetzt noch mal die Endpunkte gemacht. Jetzt noch mal einrechnen. Ausrechnen. Gratuliere, Bram. Bram hast du eigentlich in jedem Cup gewonnen? Ich war in jedem Cup erster. Ach, kalt. Holy shit. Mega gut ey, das müssen wir erstmal schaffen. Ziemlich gut. Holy shit. Okay. Trommelwirbel. 48 Punkte Sepp. 51 Punkte Chris. 61 Punkte Jay. 75 Punkte Peter. Und dann nochmal. Einfach 11 Punkte vorne. 86 Punkte Bram. Ich nehme den Sieg an. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst einen Like da. Wir sehen uns wieder mit anderen wieder. Lasst auch einen Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.